Sag mir, sag mir, sag mir, was ist Frieden dieser Welt? Ist es Liebe, Glück oder Gewalt? Sag mir, sag mir, was ist Frieden dieser Welt? Ist es Streit, Krieg oder Zärtlichkeit? Was ist bloß mit uns passiert? Haben wir den Frieden gesucht, gefunden und doch wieder verloren? Was ist bloß passiert? Suchen wir ihn immer noch in den Träumen oder in den Guten und Liebenden oder wollen wir nicht einsehen, was hier geschehen? Sag mir, sag mir, was ist Frieden dieser Welt? Ist es Liebe, Glück oder Gewalt? Sag mir, sag mir, was ist Frieden dieser Welt? Ist es Streit, Krieg oder Zärtlichkeit? Es gibt so viel Leid, so viel Traurigkeit. Werden wir es irgendwann verstehen? Es gibt so viele Tränen der Einsamkeit. Wie viel muss denn noch geschehen? Suchen wir den Frieden in unseren Träumen, in den Guten und Liebenden oder haben wir den Frieden gesucht, gefunden und doch wieder verloren? Suchen wir ihn in den Herzen der Guten? Was ist uns geblieben? Sag mir, sag mir, was ist Frieden dieser Welt? Ist es Liebe, Glück oder Gewalt? Sag mir, sag mir, was ist Frieden dieser Welt? Ist es Streit, Krieg oder Zärtlichkeit?